ja herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und heute mal was ganz neues und zwar ein reaction video sagt man es so keine ahnung und zwar zu dem neuen trailer zu kong sky island ist gerade frisch reingekommen ist es der comic con trailer mit deutschen untertiteln so wie das jetzt hier steht ich versuche euch das dann hier so rein zu machen und damit ihr das nicht dann doppelt hört oder so habe ich extra mir kopfhörer aufgesetzt so ich werde jetzt einfach mal loslegen und ich bin gespannt wie der ist so also ne genau serve job ist chopper dem in und out enjoy right Oh, der spielt auch mit. Okay. Oh, oh, oh. Oh, wahnsinn, ey. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ey Ich kann gar nicht beschreiben Wie ich mich jetzt gerade fühle Ihr wisst Ihr habt es gehört, ich habe fast kaum was gesagt Ich bin einfach nur überwältigt von diesem Kleinen Trailer, wo man nicht so viel Besonders viel gesehen hat Aber was man gesehen hat, fand ich richtig Richtig geil und ich freue mich echt schon nächstes Jahr Den im Kino zu sehen Und ich glaube, es wird eine richtig Gute Konkurrenz dann auch zu dem Peter Jackson King Kong, weil den fand ich richtig geil Und Einfach nur geil Ehrlich war tut mir leid Also King Kong ist einfach nur der Beste Und Okay, Godzilla ist der Beste Aber dieser Trailer hier Sehr genial Und ja Ich werde mich jetzt erstmal verabschieden Das war jetzt das kurze Reaction Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Und ich hoffe, es hat alles so gut gepasst Wie ich es hier planen wollte Und dann sage ich mal Bis dann Tschüss Och, gleich nochmal anschauen hier Hey Ich hoffe, es hat alles so gut gepasst Ich hoffe, es hat alles so gut gepasst